Moin moin, Hebi hier. Diesmal geht es hier eine Runde mit LOL, League of Legends weiter. Ich habe ja bei den natzen Nerds jetzt angefangen, das ein oder andere Heroes of the Storm Video mit hochzuladen. Und natürlich beschäftige ich mich mit der Thematik dieses Vergleichs zwischen LOL und Heroes of the Storm, beziehungsweise diese MOBA-Genre ist ja dann doch sehr unterschiedlich. Und dadurch, dass das Spiel, ich habe es einfach nur aus Spaß aufgenommen, auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dachte ich, ich will das euch nicht vorenthalten. Also hier meine kleine Aufnahme von meinem ersten Match, was ich gefühlt das erste Mal seit drei Jahren wieder wirklich spiele. Und wie der Erwarten habe ich sogar mit meinem Team hier gewonnen. Die Leute waren cool drauf und es hat mir sogar Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dabei. Ich bin der Wind! Oh ja, immer gerne, immer gerne. Na, das mit dem Last finden muss ich nochmal üben. Oh! Das war's für heute. Was ist das? Ein stiller Tod. Ok, das war da, das war da. Wie ist es nicht so, dass wir... Ja, ja. Ich bin der Wind. Gleichgewicht in allen Dingen. Gepusht wird hier nicht. Ah, zogen wir jetzt da langsam. Erstes Blut. Ein Gegner wurde getötet. Ok. Ok. Bereit. Fertig. Ja, ja, ja. Ups, Nala. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ow. Ja, das ist doch noch nicht gekommen. Ja, das ist doch noch nicht gekommen. Ja. 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 Ich bin werben. Ich bin der Wind. Ja. Ja. Ja, ja. Ich bin der Wind. Ja. Ja. Was war das denn gerade für ein Tote? Äh, für ein Geräusch? Gegenstände schauen wir zum Beispiel. Ja, ja, ja! Möp, 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 möp! Ich bin tot mein Wurz! Okay, Mittellent fehlt einer. Ein Verbündeter wurde getötet. Gleichgewicht in allen Dingen! No, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Ja, ja, ja! Oh, was habt ihr denn jetzt hier, ne? Alter, geht's noch. Tja, so'n Scheiß. Hm, sowas. So'n kleiner, kleiner. Oh, Möp! Fertig. Fertig. Gleichgewicht in allen Dingen! Ah, da rennt mir das kleine Männchen den Weg hier. na 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 Ja, Serious. Ich bin noch nicht so gut. Hm, 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 hm. Ein Gegner wurde getötet! Ein Gegner verfällt im Blutrauschen. Bereit! Mhhmm, das war's mit dem Tower hier oben, das ist Level 10. Mhhmm. Wir haben 8 vs 6, d.h. im Moment haben wir noch ein bisschen Glück. Oh, immer wenn ich wieder piratiere. Das war bei der Lose. Die Blut verabschieden jetzt. Jetzt sind wir wieder gegründet. Ich glaube, wir haben heute gegründet. Der Flüge prisons sind in der Löwe. Die Flüge waren heute nicht in der Leufe. Der Flüge ist heute nicht in der Hand. Ich krieg ihn einfach nicht tot. Ich vertipp mich immer die ganze Zeit. Na, kriegen wir den auch? Nein, kriegen wir nicht. So, kriegen wir den jetzt? Ja. Genau, no luck. Der klopft nicht so schnell weg. Ich brauch was mit Leben. Pantheon bittet um Hilfe. Wo? Ah, Pantheon, das schaffst du schon. Ich muss ja einen übermächtigen Gegner erst mal klein kriegen. Der ist jetzt 3 Level über mir und der macht einen Schaden. Hm. Ich bin jetzt 5 Level, das ist 1. Dein Gegner wurde getötet. Doppeltötung. So Leute, pass auf. Blutrausch. Ihr letzter Moment. Terminiert. Terminiert. Oh, es sah eben so aus, als wären da unsere Leute tot. Aber irgendwie nicht. Oh, es ist ein Schuss. Oh, es ist ein Schuss. Und es ist ein Schuss. unglaublich mein leben ist im unterwies sehr schön aus dem schatten ja 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 einen tun zerstört Echt mörd Gleichgewicht in allen Dingen. Oh, oh. 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 Joom bon. Hoom bon. Toon, wie es? Bereit! Ich habe keine Ahnung was ich gemacht habe, außer dass die alles aufbörsten, aber hey, bringt was. Danke, mein erster Win des Tages, seit über einem Jahr und ich habe glaube ich unglaublich schlecht gespielt, jeder der es jetzt sieht und kennen spielt, denkt sich auch nur, what the fuck.